Hallo an alle Zuschauer aus Saarbrücken, aus Frankfurt, aus Wien und aus dem Rest der Welt. Herzlich Willkommen zu ORGA TV, dem Internetsender der Universität des Saarlandes. So, mein Name ist Eva und wir haben heute für euch zwei neue Rubriken. Die erste ist das Lehrstuhlporträt. Da haben wir den Lehrstuhl der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre von Professor Heinz Kussmaul. Und als zweite Rubrik haben wir die neue Rubrik Saarland. Das ist das Wetter, heute mit dem Kulturwetter und der Wetterfee. Da lasst ihr euch einfach mal überraschen. Aber vorher, wie immer, die News. Und für euch hat heute Cati die interessanten Neuigkeiten aus der Medienwelt zusammengefasst. Bitteschön. Herzlich Willkommen zu den News. Heute erwarten Sie folgende Themen. IDS Scheer verbucht Umsatzplus. Das von Professor Scheer gegründete Saarbrücker IT-Beratungsunternehmen IDS Scheer hat seinen Umsatz im ersten Quartal 2006 um knapp 13 Prozent auf über 85 Millionen Euro steigern können. Der Gewinn wuchs laut Unternehmensangaben um knapp 22 Prozent auf 9,5 Millionen Euro. Ein Hauptgrund für diesen positiven Trend ist vor allem der um 30 Prozent höhere Umsatz mit Softwarelizenzen. Apple erzielt mehr Gewinn als erwartet. Apple hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 4,36 Milliarden US-Dollar Umsatz und 410 Millionen US-Dollar Nettogewinn erwirtschaftet. Sowohl Umsatz als auch Gewinn stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent. Mit dem Gewinn übertraf Apple die Analystenerwartungen, während der Umsatz unter den Erwartungen blieb. Google jagt Yahoo noch mehr Kunden ab. Der Nettogewinn von Google klettert um 60 Prozent auf 592 Millionen Dollar. Damit hat Google die Erwartungen der Analysten erfüllt. Das Unternehmen verzeichnete im März bei den Suchmaschinen einen Marktanteil von über 40 Prozent. Yahoo fiel auf 28 Prozent und Microsoft mit MSN fiel auf 13 Prozent. eBay steigert Umsatz um 35 Prozent. Alle Sparten des Unternehmens eBay, also der Internetmarktplatz, eBay, PayPal und Skype haben sich erfolgreich bewährt. Zusammen erzielten sie in den letzten drei Monaten insgesamt über 1,4 Milliarden US-Umsatz 35 Prozent mehr als im Vorjahr. eBay hält am Handel mit WM-Tickets fest. eBay will den Tickethandel nicht verbieten, aber die Sicherheitsstandards für den Verkauf von WM-Tickets erhöhen. Anbieter von Karten müssen entweder per Post-Ident-Verfahren angemeldet sein, ein PayPal-Konto besitzen oder mindestens 180 Tage bei eBay angemeldet sein und 50 Bewertungspunkte vorweisen. PlayStation 2 in der USA nun billiger zu bekommen Sony hat in den USA den Preis für seine Spielkonsole PlayStation 2 von rund 150 auf 130 US-Dollar gesenkt. Damit liegt der Preis in den Vereinigten Staaten nur noch rund 30 US-Dollar über dem des Konkurrenzmodells GameCube aus dem Hause Nintendo. Ganz unerwartet kommt diese Preissenkung jedoch nicht, zumal die Japaner erst im November mit dem Verkauf des Nachfolgemodells PlayStation 3 beginnen und damit in Wettbewerb zu Microsofts Xbox 360 treten. Die Frage, wann auch für den deutschen Markt mit einer Preissenkung zu rechnen ist, konnte Sony Deutschland bislang nicht beantworten. Hierzulande kostet die Konsole noch rund 150 Euro. Microsoft plant Online-Festplatten. Eine Online-Festplatte mit viel Speicherplatz, das sogenannte Live Drive, soll ein riesiger übers Netz zugänglicher Datenspeicher für jedermann werden, an den der Nutzer über das Netz von überall her zugreifen kann. Microsoft plant Serverfarben, die riesige Speicherkapazitäten online zur Verfügung stellen können. Durch Live Drive könnten alle Informationen, Filme, Bilder und Musik von überall her zugänglich sein auf jedem beliebigen Gerät. ProSiebenSat.1 erwirbt Free-TV-Rechte. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich die Free-TV-Erstausstrahlungsrechte des Hollywood-Streifens Mission Impossible 3 mit Tom Cruise gesichert. Der Hollywood-Film, der am 4. Mai in den deutschen Kinos anläuft, ist Teil eines Pakets, das sich ProSiebenSat.1 von CBS und Paramount Pictures erworben hat. Veranstaltungstipp. Morgen Abend die AStA Semestereröffnungsfete ab 21 Uhr wie immer im Physik Tower. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich denke, wir werden uns eh dort treffen. Macht's gut, bis nächste Woche. Danke, Kathi. So, also Entscheidungen zu treffen, ist ja schon schwer, aber besonders, wenn Entscheidungen die Zukunftsplanung betreffen. Und die Studenten, die hier an der Universität des Saarlandes BWL studieren, die haben die Wahl. Und die BWL ist eingeteilt in vier Clustern. Das muss ich gerade ablesen. Das erste Cluster ist Management. Da zählt zum Beispiel Marketing drunter oder Organisation und Personalmanagement. Das zweite Cluster ist die Wirtschaftsinformatik. Darunter zählt Wirtschaftsinformatik oder auch Controlling. Das dritte Cluster ist Financial Administration. Da zählt unter anderem die betriebswirtschaftliche Steuerlehrung, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und so weiter darunter. Oder das vierte Cluster, das ist Economics. Das ist Spieltheorie, Statistik und Ökonometrie und so weiter. Wir haben ein neues Format, nämlich das Lehrstuhlportrait. Da möchten wir den Studenten, also euch, das etwas leichter machen und euch die Lehrstühle vorstellen. Dieses Mal haben wir den Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Steuerlehre von Herrn Prof. Dr. Heinz Kussmaul näher unter die Lupe genommen und haben dafür auch einen Live-Gast eingeladen, nämlich den Herrn Dr. Mayer. Hallo. Hallo. Aber bevor wir zu Ihnen kommen, wollen wir erstmal die Mitarbeiter vorstellen vom Lehrstuhl vom Herrn Prof. Dr. Heinz Kussmaul. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Im Rahmen des Lehrstuhlporträts werden wir euch heute aus dem Gebäude B41 den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebswirtschaftliche Steuerlehre von Herrn Prof. Dr. Kussmaul vorstellen. Mein Name ist Heinz Kussmaul. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere so heißt mein Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Steuerlehre hier an der Universität des Saarlandes und darüber hinaus noch Direktor des Instituts für Existenzgründung und Mittelstand. Ja, ich bin zuständig im eigentlichen Bereich für die Ausbildung unserer Studierenden im Grund- und Hauptstudium in der gesamten Betriebswirtschaftslehre selbstverständlich. Und mein Vertiefungsfach, das ist die betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Das ist also das Fach, das sozusagen auch meine Lehrstuhl die spezifische Bezeichnung gibt. Ich heiße Doris Schneider und bin Sekretärin bzw. Assistentin bei Herrn Prof. Kussmaul seit zehn Jahren und bin schon seit 1972 an der Universität des Saarlandes tätig. Hallo, mein Name ist Lutz Richter. Ich bin seit 1998 wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2003 wissenschaftlicher Assistent hier am Lehrstuhl. Ich betreue diverse Vorlesungen und meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des europäischen Steuerrechts sowie der Besteuerung von Unternehmenszusammenschlüssen. Mein Name ist Jörg Henkes. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter seit Februar 2004 am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Kussmaul. Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Übergang von der Kameralistik auf die Doppik im Kommunalbereich. Ich bin in der Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen seit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes und im Bilanzsteuerrecht allgemein. Hallo, ich heiße Carina Hilmer und arbeite seit September 2005 am Lehrstuhl für Steuerlehre. Mein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Umsatzsteuer. Hallo, mein Name ist Stefan Meiering. Ich bin seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Lehrstuhl von Prof. Kussmaul. Und meine Forschungsschwerpunkte sind die Betreuung von Datenveranstaltungen und alles, was im Kontext der Existenzgründung mit betriebswirtschaftlicher Steuerlehre zu tun hat. Hallo, mein Name ist Vassil Cervaniaschki und ich bin inzwischen seit drei Jahren Mitarbeiter am Lehrstuhl von Herrn Prof. Kussmaul. Und im Rahmen meiner Tätigkeit hier betreue ich Veranstaltungen im Rahmen unseres Lehrangebots, vor allen Dingen im Kontext des internationalen Steuerrechts. Mein Name ist Michael Zabel. Ich bin seit August 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Steuerlehre von Prof. Dr. Kussmaul. Schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit der Körperschaft und mit dem Umwandlungssteuerrecht, habe jetzt vor kurzem meine Dissertation zu eben dem Themenbereich abgeschlossen und hoffe, dass ich bis Ende des Jahres auch in der Disputation weiterkomme. Im Vertiefungsfach betriebswirtschaftliche Steuerlehre haben wir im zweisemestrigen Turnus die Veranstaltungen Unternehmensbesteuerung A, immer im Wintersemester, und Unternehmensbesteuerung B im Sommersemester. A beschäftigt sich im Wesentlichen mit den Steuerarten, von der Einkommenssteuer bis zur Umsatzsteuer und mit den Wirkungen auf die Besteuerung der Rechtsformen. Unternehmensbesteuerung B geht aus von dem Rechnungswesen, also von der Steuerbilanz im eigentlichen Sinne, von der Gewinnermittlung und führt dann hin zu einem Überblick über die relevanten Besteuerungen der Unternehmensstruktur, Unterschiede der Rechtsform bezüglich der Besteuerung, Unterschiede der Zusammenschlussform, also Konzentrationsform, Kooperationsform und vor allem dann noch als Überblick die Standortwahl und hier die internationale Standortwahl. Das ist also dieser zweisemestrische Basisblock und darüber hinaus bieten wir an, in einem Turnus, der in drei Semestern aufeinanderfolgend angeboten wird, jeweils vertiefende, das sind jeweils vierstündige Veranstaltungen gewesen, jeweils vertiefende zweistündige Vorlesungen, Übungen, insgesamt Veranstaltungen zur Rechtsform und Unternehmensbesteuerung, das in diesem Semester zum Beispiel, dann zur nationalen Struktur und Unternehmensbesteuerung und zur internationalen Struktur und Unternehmensbesteuerung. Also die strukturellen Fragen werden dann in diesem dreisemestlichen Turnus angeboten. Darüber hinaus haben wir noch eine Veranstaltung, die jetzt auch im Sommersemester 2006 angeboten wird, Steuerberatung und Unternehmensbesteuerung. Da fertigen unsere Studierenden eine praxisorientierte Arbeit an, sozusagen aus der Steuerberatungspraxis und außerdem haben wir Gelegenheit, die Steuerberatungssoftware des Marktführers DATEV, richtig am Computer kennenzulernen und auch dafür gibt es dann insgesamt vier Anrechnungspunkte. Und über dieses Angebot hinaus haben wir noch bestimmte Spezialangebote von Lehrbeauftragten. Die ganz klassische Kombination ist die mit der Wirtschaftsprüfung, sozusagen Küthin-Kussmaul. Das zwei Fächer, die doch fast durchgehend miteinander kombiniert werden. Und das dritte Fach, das dazukommt, das kann entweder sein aus der Betriebswirtschaftslehre, sozusagen in unserem engeren Kontext, im Cluster, das wäre dann die Bankbetriebslehre von Herrn Kollegen Bieck. Das könnte auch sein, einfach aus dem nahen juristischen Bereich, also entweder Steuerrecht von Professor Wendt oder Gesellschaftsrecht von Professor Beckmann. Das sind die zwei Alternativen, die es dazu gäbe. Oder das kann auch sein, etwas aus einem anderen Cluster und da kommt wirklich im Grund alles in Frage. So, Herr Dr. Mayer, Sie sitzen jetzt bei uns, Sie haben eine Steuerkanzlei, aber haben Sie auch eine Verbindung zu dem Lehrstuhl von Herrn Professor Kussmaul? Auch ich war in den Jahren 1995 bis 1999 Assistent, beziehungsweise wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Professor Dr. Kussmaul. Ich habe danach dann, nach der Steuerberaterprüfung, mich hier an der Universität selbstständig gemacht. Okay, und der Werdegang danach? Der war dann eigentlich fast nahtlos. Also ich hatte parallel zu dieser wissenschaftlichen Mitarbeitertätigkeit auch noch bei einem Steuerberater vier Jahre lang gearbeitet, weil ich das immer verbinden wollte, die Theorie und die Praxis. Dann im Februar 2000 wurde meine Steuerberaterprüfung zu Glück dann fertig und ich konnte mich dann im ersten März 2000 auch wirklich selbstständig machen. Super, und Sie haben Ihre Steuerkanzlei, habe ich gelesen, hier im Science Park 2 an der Uni. Ganz genau. Warum genau hier? Während dieser Tätigkeit hier an der Universität sind natürlich Kontakte entstanden zu Firmen, die sich rundherum um die Universität hier angesiedelt haben. Insbesondere war ich auch mitbetreut für die Existenzgründerseminare, die Herr Professor Kussmaul zusammen mit der KWT der Universität anbietet. Über diesen Einstieg hatte ich einfach schon gewisse Erstkontakte und dann habe ich es einfach mal versucht, mich selbstständig zu machen. Sehr schön. Und jetzt ist natürlich die Tätigkeitsbereich, der interessiert mich natürlich auch brennen, aber bevor wir das jetzt darauf gehen, darauf gucken wir jetzt erstmal den theoretischen Background, der am Lehrstuhl natürlich gibt und das schauen wir uns jetzt an. Wir sind natürlich ganz heftig aktiv. Ich versuche das zusammenzufassen und schreiben. Ich glaube schon sehr umfangreich. Insgesamt bin ich so bei etwas über 400 Publikationen angelangt. Im Jahr 2005 ist unsere Betriebswirtschaftslehre für Existenzgründe herausgekommen und zum Jahreswechsel 2006 dann schon die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, sozusagen unser Vertiefungsfach-Standard-Lehrbuch. Ganz umfangreich im Jahr 2005 die öffentliche Verwaltung, Umstellung auf die Doppik. Da sind mit meinem Mitarbeiter Henkes zahlreiche Beiträge erschienen. Da haben wir auch den Prozess der Umstellung sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Saarland intensiv begleitet, sind also auch in entsprechenden Arbeitsgruppen involviert. Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, die beschäftigt sich zum einen mit der sogenannten Steuerrechtsnormdarstellung. Das bedeutet ganz einfach, wir haben konkrete Paragrafen und die müssen wir zunächst einmal von ihrem Inhalt her kennenlernen. Danach geht es um die Steuerwirkungslehre und die Steuergestaltungslehre. Dort geht es einfach um die Untersuchung des Einflusses der Besteuerung auf unternehmerische Entscheidungen oder auch auf das betriebliche Rechnungswesen. Und zum Dritten gibt es dann noch die Steuerrechtsgestaltungslehre. Dort wirkt man dann natürlich dann zum Ende dann an konkreten Gesetzesvorhaben oder konkreten Gesetzesverbesserungen mit. Es sind natürlich auch sehr, sehr viele Gesetzesänderungen präsent und wir versuchen unter anderem natürlich auch diese neuen Gesetze auf schon bestehende Sachverhalte anzuwenden und einfach zu untersuchen, wie sich halt diese konkreten Gesetzesänderungen auf die Sachverhalte auswirken. Wir sind immer interessiert und haben auch immer so fünf bis zehn wissenschaftliche Hilfskräfte bei uns und da versuchen wir hervorragende junge Leute an uns sozusagen zunächst mal zu binden, zu gewöhnen, weil die jungen Leute auch immer frischen Wind reinbringen, frische Ideen. Ich bin Schüler von Günther Wöhe. Mein Lehrer Wöhe hat die betriebswirtschaftliche Steuerlehre quasi mit erfunden. Es war zumindest einer der Urwegbereite, ich denke das Wort erfunden ist aber fast besser, hat das in den vor allem 60er Jahren kreiert, dieses Fachgebäude und hat das in Saarbrücken auf die Beine gestellt. Klar, der Wöhe, der Lehrstuhl Wöhe an der Universität des Saarlandes ist etwas Besonderes. Die Steuerlehre bleibt die Heimat sozusagen für mich und das wissenschaftliche Betätigungsfeld und Saarbrücken ist ein hervorragender Fachbereich und hat früher ganz große Traditionen gehabt. Jedes Jahr irgendwelche Neuerungen und Änderungen kommen, mit denen man sich zu beschäftigen hat. Also es ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess und in der Regel ist es so, dass irgendwelche Bücher, die ein paar Jahre alt sind, dann schon nach einiger Zeit veraltet sind. Das ist natürlich auch ein Nachteil, aber für uns macht es das Ganze auch sehr interessant. Die Berufsaussichten unserer Studierenden sind gut, sehr gut oder hervorragend. Irgendwo in diesem Kontext kann man das ansiedeln. Ich denke zurzeit ist es so, dass man sie als hervorragend bezeichnen kann. Also die Beratungspraxis überrennt uns geradezu mit Nachfragen, mit Angeboten für irgendwelche Workshops und Besuche und Vorträge und das im regionalen Kontext, aber natürlich sowieso im überregionalen Kontext. Das heißt im Augenblick, denke ich, sind die Berufsaussichten wirklich exzellent. Ich weiß nicht, ob das, ich denke bundesweit, aber gerade auch unsere Studierenden hier aus Saarbrücken sind sicherlich in diesem Kombinationsfeld sehr gut angesehen und sie werden sozusagen quasi von der Studienbank abgeholt. Bleiben Sie sich selbst treu. Gucken Sie, dass Sie geradlinig Ihren Weg gehen. Lassen Sie sich auch nicht sozusagen für irgendwelche Dinge allzu schnell vereinnahmen oder einkaufen, was auch immer. Versuchen Sie sozusagen Ihren Weg zu gehen und bleiben Sie sich selbst treu. Das ist manchmal furchtbar schwierig und richtig schwer, das auch auszutarieren. Aber ich denke, wenn man das zusammenmixt mit dem, was man gelernt hat an Fachwissen, dann wird man auch den Weg gehen, der für einen geeignet, bestimmt, wie man das nennen mag, ist. So, jetzt kennen wir die Theorie, aber uns interessiert natürlich auch die Praxis. Und deswegen, Herr Dr. Meier, was ist denn Ihr Tätigkeitsbereich? Was sind Ihre alltäglichen Arbeiten? Also die Primärtätigkeit, das sagt der Name schon, ist im Prinzip die Steuerdeklaration und Beratung, also die Erklärungserstellung. Darüber hinaus natürlich Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung, die ein Steuerberater für Unternehmungen durchführt. Das ist ein Teilbereich, das sicherlich der klassische Teilbereich darstellt, die Jahresabschlusserstellung dann hierauf aufbauend. Für die Steuerberatung heute sind jedoch noch ganz andere Bereiche notwendig geworden und auch wichtig geworden, beispielsweise Erstellung von Businessplänen, also für Unternehmensgründungspläne, die sehr nötig sind in der heutigen Zeit, um einfach eben auch die Selbstständigkeitsquote hier zu fördern. Ich kann noch viele Dinge erzählen. Ja, Sie haben ja auch Steuerlehre hier oder bestriebswirtschaftliche Steuerlehre hier vertieft. Ist es, wenn man das vertieft, dann direkt festgelegt auf Steuerberater oder gibt es da noch viele andere Bereiche, wo man reingehen kann oder Berufe, die man damit dann erlernen kann? Also dadurch, dass man nach dem Studium zumindest mal zwei Jahre in der Praxis irgendwo tätig sein muss, um nachher Steuerberater werden zu können, ist es nicht unbedingt ausschlaggebend, dass man nachher auch diesen Berufsweg dann einschlägt. Sicherlich in Unternehmungen an sich sind Steuern immer ein heißes Thema und jeder, der sich mit Steuern beschäftigt hat und beschäftigt, wird wissen, er ist ein gebrauchter Mensch in der heutigen Welt, weil wenn man Steuern spart, das ist immer netto, das sollte man nie vergessen. Sicher, sicher. Um jetzt nochmal auf den Steuerberater zurückzukommen, ist es da am, also die Ausbildung, ist es da am besten an der Universität zu studieren, an der FH oder gibt es da auch eine Ausbildung zu? Also es gibt unterschiedliche Wege, um Steuerberater zu werden. Es ist sicherlich der klassische Weg in der heutigen Zeit, das Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium. Daneben ist es aber auch möglich, mit der Ausbildung Steuerfachangestellter nach zehn Jahren diese Prüfung auch machen zu dürfen. Selbst ein Quereinstieg von der Finanzverwaltung her, wenn man sieben Jahre Finanzbeamter im gehobenen Dienst ist, kann man auch diese Prüfung machen. Also es gibt unterschiedliche Wege. Der heute fast klassische Weg ist sicherlich das Hochschul- oder Fachhochschulstudium. Ja, sehr gut. Jetzt ist noch meine Lieblingsfrage sozusagen. Warum haben Sie den Werdegang eingeschlagen? Was hat Sie dazu getrieben, Steuerberater zu werden? Also für mich war das relativ einfach. Ich verstehe meinen Beruf nicht als Beruf, sondern ich mache es aus Berufung. Es macht einfach Freude, es macht Spaß. Und es ist ein Teilbereich, der einfach mein Leben mit beeinflusst. Ja, wunderbar. Danke. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben für uns und auch den Beruf der Steuerberater so ein bisschen näher gebracht haben. Und wir kommen jetzt natürlich zu dem Leben neben der Uni, denn als Student hat man natürlich noch ein Leben neben der Uni. Und wir haben eine neue Rubrik, die Rubrik Saarland. Das ist das Wetter mit der Wetterfee sozusagen. Und in dieser Rubrik wird alles Mögliche reingesetzt, was im Saarland so passiert. Ob es nun Festivals sind, ob es Clubs sind. Und dieses Mal haben wir das Kulturwetter ausgecheckt sozusagen. Lasst euch einfach mal überraschen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Saarlandwetter. Das Kulturwetter im Saarland ist zurzeit sehr sonnig, vor allem bei der Hochschule für Musik und den Saarlandmuseen. Beim Staatstheater Saarbrücken ist es etwas wechselhaft, da hier neben dem Intendanten auch das halbe Personal wechselt. Was an diesen drei Städten nun besonders interessant ist und vor allem für Studenten, das erzählen euch jetzt meine Korrespondenten. Im Staatstheater wie auch in der alten Feuerwache erwarten Sie große Emotionen und auch große Dramen und Live-Gefühle, wenn Sie so wollen. Denn im Unterschied zum Kino sind Sie unmittelbar dabei, was auf der Bühne passiert und Sie haben keine Vermittlung durch die Leinwand. Für Studenten würde ich empfehlen im Ballett die Giselle als eine Mischung aus klassischem Ballett von Adolf Adam, die Musik, und modernem Tanz und eben auch moderner elektronischer Musik von Klaas Willeke und Sam Auhinger. Im Schauspiel empfehle ich einen musikalischen Beitrag, nämlich einen Liederabend von Franz Wittenbrink, Männer, der Beitrag des Saarländischen Staatstheaters zur WM 2006. Und in der Oper empfehle ich sehr Elektra von Richard Strauss, weil diese Oper enorm große Gefühle und ein echtes Familiendrama transportiert. Also sehr interessant für Studierende ist die Tatsache, dass die meisten unserer Veranstaltungen gratis angeboten werden. Und es kommt dazu, dass bei uns anders als in anderen Klassik-Konzertstätten kein Kleiderzwang herrscht. Also man kann in Blutjeans und in T-Shirt zu Konzerten kommen und jeder ist herzlich willkommen. Also morgen am Donnerstag singt die Klasse von Tanja Ponten ein Repertoire in 80 Minuten um die Welt. Dann haben wir am 30. April ein Konzert unseres Hochschulorchesters mit einem ganz tollen Programm. Lassen Sie sich überraschen. Wir stehen hier vor der modernen Galerie des Saarlandmuseums. Das Saarlandmuseum ist eins von insgesamt vier Museen, die zur Stiftung Saarlandischer Kulturbesitz gehören. Es gibt das ganze Jahr Programm, alles unter www.kulturbesitz.de zu sehen. Die moderne Galerie legt einen Schwerpunkt auf Gegenwartskunst. Das ist natürlich super für ein junges Publikum. Ganz aktuell haben wir Zilla-Leutenecker. Wichtiger Besuch, läuft ab Samstag. Super tolle, spannende Ausstellung ansehen. Einen ganz tollen Einsteigertipp haben wir, nämlich unsere dritte Modern Gallery Lounge. Am 20. Mai ab 20 Uhr. Das heißt einfach Party im Museum. Im Rahmen dieser Ausstellung. Es gibt eine Lounge, es gibt drei DJs und die Ausstellung ist bis in die frühen Morgenstunden geöffnet. Das war das Kulturwetter für Saarland. Und wir schalten zurück ins Studio. So, das war unser Wetter für alle kulturbegeisterten und noch nicht kulturbegeisterten. Also probiert es einfach mal aus. Es ist was anderes. Es ist einfach was Interessantes. Ich habe für euch noch einen Nachtrag sozusagen von unserem Lehrstuhl-Porträt. Nämlich, wer sich jetzt dafür interessiert und da vielleicht mal ein Seminar schreiben will, beim Herrn Professor Dr. Kussmaul, gibt es das DATEV-Seminar. Allerdings läuft die Anmeldefrist. Da ist die Anmeldefrist am 2. Mai. Also wer das noch anmelden will, spudelt sich am besten. So, das war auch schon unsere Sendung. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ich fand es mit dem Live-Gast sehr lustig. Und auch nächste Woche sind wir wieder für euch da. Nicht vergessen, am 1. Mai ist Tag der Arbeit. Obwohl bekanntlich Studenten nicht arbeiten, haben auch wir da frei. Also keine Uni. Ob ihr jetzt vom 30. auf den ersten Tanzen den Mai macht oder einen Maibaum ausstellt oder mit dem Bollerwagen durch die Wälder zieht, ganz egal. Genießt den freien Tag. Aber am 3. Mai um 8.18 Uhr, wie ihr wisst, Orga-TV. Da müsst ihr wieder fit sein. Denn wir haben wieder lustige Themen für euch oder eher interessante Themen. Der Marketing-Lehrstuhl hat eine neue Professorin, die Frau Prof. Gröppe Klein. Und die haben wir unter die Lupe genommen. Sie hat uns Frage und Antwort gestanden. Des Weiteren haben wir vom Europa-Institut das neue Gesicht gefilmt. Nämlich das ist Herr Dr. Kühnel. Und wer es so lange nicht aushält, der guckt sich einfach am Freitag den Videocast an. Mit unserer Videocast-Lady, der Esther nämlich. Und die hat für euch auch auf ihre eigene lustige Art was zusammengestellt. Also, immer dran denken. Make love, not war. Das war's von uns. Ciao.